Herzlich Willkommen beim Modehaus Leffers & Vechta. Bei Leffers & Vechta findet ihr viele Geschenkideen. Für drunter. Für drüber. Festliches für sie. Festliches für ihn. Und ganz besonders Festliches für die Kleinen zur Kommunion. Habt ihr alle eure Weihnachtsgeschenke schon zusammen? Falls nicht, schaut doch gerne vorbei. Tolle Marken für die Kids. Das obligatorische Paar Sorgen darf natürlich unterm Tannenbaum nicht fehlen. Das Leffers Team wünscht eine stressfreie Adventszeit und frohe Weihnachten. Das Leffers Team wünscht die Momente des Zolls. Untertitelung des ZDF, 2020